hallo hier ist der gerhard und dies ist mein kanal kunst geht so schön dass du da bist schau dir diese prachtlandschaft an und jetzt stell dir vor du könntest das jetzt mit bleistift zeichnen das wäre was oder bleistift hat den vorteil dass alles sehr genau darstellen kann wie du so eine landschaft mit dem bleistift umsetzen kannst du sie fährst du in diesem video bleib am ball da 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 Musik 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 Du bist dran geblieben, wie immer an dieser Stelle. Hat dir mein Video gefallen, dann bitte abonniere den Kanal, like dieses Video, läute die Glocke und gerne kommentiere in der Kommentarleiste, das hilft mir, meinen Kanal zum Wachsen zu bringen. Wie immer, wir sehen uns zum nächsten Video, bis dahin, bleibt tough und Adios.